Teil 1 Der einsame Schäfer Es war einmal ein junger Schäfer namens Lukas. Lukas lebte in einem kleinen Dorf am Rande des Waldes. Jeden Tag passte er auf die Schafe auf. Lukas fühlte sich oft einsam, weil er den ganzen Tag alleine war. Eines Tages hörte er ein seltsames Geräusch aus dem Wald. Ein großer grauer Wolf stand vor ihm. Lukas hatte Angst, aber der Wolf sah friedlich aus. Der Wolf kam näher und roch an Lukas' Hand. Lukas beruhigte sich und streichelte vorsichtig den Kopf des Wolfes. Von diesem Tag an wurden der Schäfer und der Wolf Freunde. Teil 2 Die Freundschaft wächst Jeden Morgen kam der Wolf, um Lukas zu begrüßen. Lukas teilte sein Mittagessen mit dem Wolf. Die Schafe gewöhnten sich langsam an den Wolf. Der Wolf half Lukas, die Schafe zusammenzuhalten. Die Dorfbewohner hörten von dieser ungewöhnlichen Freundschaft. Einige waren misstrauisch, aber Lukas vertraute dem Wolf. Sie verbrachten viele Stunden zusammen im Wald. Lukas lernte viel über die Natur vom Wolf. Der Wolf zeigte Lukas' versteckte Pfade und geheime Quellen. Ihre Bindung wurde mit jedem Tag stärker. Teil 3 Die Herausforderung Eines Tages kamen fremde Jäger ins Dorf. Sie suchten nach großen Wölfen im Wald. Lukas machte sich Sorgen um seinen Freund. Er beschloss, den Wolf zu warnen. Früh am Morgen ging Lukas tief in den Wald. Er fand den Wolf und erzählte ihm von den Jägern. Der Wolf verstand und nickte mit seinem Kopf. Lukas bat den Wolf, sich zu verstecken. Sie verabschiedeten sich mit einem schweren Herzen. Lukas kehrte allein zu den Schafen zurück. Teil 4 Die Jäger kommen Die Jäger durchsuchten den Wald nach Wölfen. Lukas blieb bei seinen Schafen und beobachtete besorgt. Stunden vergingen und der Wolf blieb versteckt. Am Abend kehrten die Jäger ohne Erfolg ins Dorf zurück. Lukas fühlte sich erleichtert, aber immer noch besorgt. Die Jäger sprachen davon, am nächsten Tag zurückzukommen. In der Nacht konnte Lukas kaum schlafen. Er machte Pläne, um den Wolf zu retten. Am nächsten Morgen stand Lukas vor Sonnenaufgang auf. Er ging in den Wald, um den Wolf zu finden und zu helfen. Teil 5 Der Rettungsplan Lukas fand den Wolf versteckt in einer Höhle. Er erklärte dem Wolf, dass die Jäger zurückkommen würden. Gemeinsam beschlossen sie, weiter wegzugehen. Sie wanderten tief in den Wald, weit von den Jägern. Der Wolf führte Lukas zu einem sicheren Ort. Sie fanden eine verlassene Hütte am Rand des Waldes. Lukas und der Wolf beschlossen, dort zu bleiben. Sie richteten die Hütte als ihr neues Zuhause ein. Lukas sorgte dafür, dass die Schafe sicher waren. Die Nacht brach an, und sie schliefen sicher in der Hütte. Teil 6 Neues Leben Tage vergingen, und die Jäger gaben ihre Suche auf. Lukas und der Wolf lebten friedlich in der Hütte. Sie lernten, im Wald zu überleben. Lukas fand Früchte und Wurzeln zum Essen. Der Wolf jagte und brachte Essen für beide. Sie wurden geschickte Überlebenskünstler. Die Schafe waren sicher und gut ernährt. Lukas und der Wolf wurden Teil der Natur. Sie respektierten den Wald und seine Tiere. Ihr Leben war einfach, aber glücklich. Teil 7 Die Rückkehr Eines Tages entschied Lukas, ins Dorf zurückzukehren. Er wollte den Dorfbewohnern von ihrem Leben erzählen. Der Wolf begleitete ihn bis zum Rand des Dorfes. Lukas traf die Dorfbewohner und erzählte ihnen alles. Die Dorfbewohner waren erstaunt über seine Geschichten. Sie lernten, dass Wölfe nicht immer gefährlich sind. Lukas lehrte sie, wie man mit der Natur in Harmonie lebt. Die Dorfbewohner akzeptierten den Wolf als Freund. Sie baten Lukas, ihnen das Überleben zu lehren. Lukas und der Wolf wurden Helden des Dorfes. Teil 8 Die Lehren der Natur Lukas organisierte Kurse über das Leben im Wald. Viele Dorfbewohner nahmen daran teil. Sie lernten, wie man Spuren liest und Nahrung findet. Der Wolf zeigte ihnen, wie man sich leise bewegt. Die Kinder liebten es, mit dem Wolf zu spielen. Sie verloren ihre Angst vor dem Wald. Der Wald wurde ein Teil ihres Lebens. Lukas fühlte sich erfüllt, sein Wissen zu teilen. Der Respekt für die Natur wuchs im Dorf. Die Harmonie zwischen Dorf und Wald wurde stärker. Teil 9 Der Friedenspakt Die Jäger des Dorfes änderten ihre Methoden. Sie jagten nur noch, was sie zum Überleben brauchten. Der Wolf lehrte sie, die Tiere mit Respekt zu behandeln. Ein Pakt des Friedens wurde mit der Natur geschlossen. Der Wald blühte auf und die Tiere vermehrten sich. Lukas wurde zum Vermittler zwischen Menschen und Natur. Der Wolf war oft bei Versammlungen dabei. Kinder und Erwachsene lernten von seiner Weisheit. Der Pakt sicherte das Überleben aller. Das Dorf und der Wald lebten in echtem Frieden. Teil 10 Der Abschied Jahre vergingen und der Wolf wurde alt. Lukas kümmerte sich liebevoll um seinen Freund. Der Wolf hatte sein Leben dem Dorf gewidmet. Es war Zeit für ihn, sich zur Ruhe zu setzen. In einer klaren Nacht blickten sie zusammen auf die Sterne. Der Wolf lehnte sich an Lukas und seufzte tief. Lukas dankte ihm für alles, was er gelernt hatte. Am nächsten Morgen war der Wolf friedlich eingeschlafen. Das Dorf hielt eine Zeremonie zu seinen Ehren. Lukas erzählte noch viele Jahre die Geschichten des Wolfes. Teil 1 Der einsame Schäfer Es war einmal ein junger Schäfer namens Lukas. Lukas lebte in einem kleinen Dorf am Rande des Waldes. Jeden Tag passte er auf die Schafe auf. Lukas fühlte sich oft einsam, weil er den ganzen Tag alleine war. Eines Tages hörte er ein seltsames Geräusch aus dem Wald. Ein großer grauer Wolf stand vor ihm. Lukas hatte Angst, aber der Wolf sah friedlich aus. Der Wolf kam näher und roch an Lukas' Hand. Lukas beruhigte sich und streichelte vorsichtig den Kopf des Wolfes. Von diesem Tag an wurden der Schäfer und der Wolf Freunde. Teil 2 Die Freundschaft wächst Jeden Morgen kam der Wolf, um Lukas zu begrüßen. Lukas teilte sein Mittagessen mit dem Wolf. Die Schafe gewöhnten sich langsam an den Wolf. Der Wolf half Lukas, die Schafe zusammenzuhalten. Die Dorfbewohner hörten von dieser ungewöhnlichen Freundschaft. Einige waren misstrauisch, aber Lukas vertraute dem Wolf. Sie verbrachten viele Stunden zusammen im Wald. Lukas lernte viel über die Natur vom Wolf. Der Wolf zeigte Lukas' versteckte Pfade und geheime Quellen. Ihre Bindung wurde mit jedem Tag stärker. Teil 3 Die Herausforderung Eines Tages kamen fremde Jäger ins Dorf. Sie suchten nach großen Wölfen im Wald. Lukas machte sich Sorgen um seinen Freund. Er beschloss, den Wolf zu warnen. Früh am Morgen ging Lukas tief in den Wald. Er fand den Wolf und erzählte ihm von den Jägern. Der Wolf verstand und nickte mit seinem Kopf. Lukas bat den Wolf, sich zu verstecken. Sie verabschiedeten sich mit einem schweren Herzen. Lukas kehrte allein zu den Schafen zurück. Teil 4 Die Jäger kommen Die Jäger durchsuchten den Wald nach Wölfen. Lukas blieb bei seinen Schafen und beobachtete besorgt. Stunden vergingen und der Wolf blieb versteckt. Am Abend kehrten die Jäger ohne Erfolg ins Dorf zurück. Lukas fühlte sich erleichtert, aber immer noch besorgt. Die Jäger sprachen davon, am nächsten Tag zurückzukommen. In der Nacht konnte Lukas kaum schlafen. Er machte Pläne, um den Wolf zu retten. Am nächsten Morgen stand Lukas vor Sonnenaufgang auf. Er ging in den Wald, um den Wolf zu finden und zu helfen. Teil 5 Der Rettungsplan Lukas fand den Wolf versteckt in einer Hülle. Er erklärte dem Wolf, dass die Jäger zurückkommen würden. Gemeinsam beschlossen sie, weiter weg zu gehen. Sie wanderten tief in den Wald, weit von den Jägern. Der Wolf führte Lukas zu einem sicheren Ort. Sie fanden eine verlassene Hütte am Rand des Waldes. Lukas und der Wolf beschlossen, dort zu bleiben. Sie richteten die Hütte als ihr neues Zuhause ein. Lukas sorgte dafür, dass die Schafe sicher waren. Die Nacht brach an, und sie schliefen sicher in der Hütte. Teil 6 Neues Leben Tage vergingen, und die Jäger gaben ihre Suche auf. Lukas und der Wolf lebten friedlich in der Hütte. Sie lernten, im Wald zu überleben. Lukas fand Früchte und Wurzeln zum Essen. Der Wolf jagte und brachte Essen für beide. Sie wurden geschickte Überlebenskünstler. Die Schafe waren sicher und gut ernährt. Lukas und der Wolf wurden Teil der Natur. Sie respektierten den Wald und seine Tiere. Ihr Leben war einfach, aber glücklich. Teil 7 Die Rückkehr Eines Tages entschied Lukas, ins Dorf zurückzukehren. Er wollte den Dorfbewohnern von ihrem Leben erzählen. Der Wolf begleitete ihn bis zum Rand des Dorfes. Lukas traf die Dorfbewohner und erzählte ihnen alles. Die Dorfbewohner waren erstaunt über seine Geschichten. Sie lernten, dass Wölfe nicht immer gefährlich sind. Lukas lehrte sie, wie man mit der Natur in Harmonie lebt. Die Dorfbewohner akzeptierten den Wolf als Freund. Sie baten Lukas, ihnen das Überleben zu lehren. Lukas und der Wolf wurden Helden des Dorfes. Teil 8 Die Lehren der Natur Lukas organisierte Kurse über das Leben im Wald. Viele Dorfbewohner nahmen daran teil. Sie lernten, wie man Spuren liest und Nahrung findet. Der Wolf zeigte ihnen, wie man sich leise bewegt. Die Kinder liebten es, mit dem Wolf zu spielen. Sie verloren ihre Angst vor dem Wald. Der Wald wurde ein Teil ihres Lebens. Lukas fühlte sich erfüllt, sein Wissen zu teilen. Der Respekt für die Natur wuchs im Dorf. Die Harmonie zwischen Dorf und Wald wurde stärker. Teil 9 Der Friedenspakt Die Jäger des Dorfes änderten ihre Methoden. Sie jagten nur noch, was sie zum Überleben brauchten. Der Wolf lehrte sie, die Tiere mit Respekt zu behandeln. Ein Pakt des Friedens wurde mit der Natur geschlossen. Der Wald blühte auf und die Tiere vermehrten sich. Lukas wurde zum Vermittler zwischen Menschen und Natur. Der Wolf war oft bei Versammlungen dabei. Kinder und Erwachsene lernten von seiner Weisheit. Der Pakt sicherte das Überleben aller. Das Dorf und der Wald lebten in echtem Frieden. Teil 10 Der Abschied Jahre vergingen, und der Wolf wurde alt. Lukas kümmerte sich liebevoll um seinen Freund. Der Wolf hatte sein Leben dem Dorf gewidmet. Es war Zeit für ihn, sich zur Ruhe zu setzen. In einer klaren Nacht blickten sie zusammen auf die Sterne. Der Wolf lehnte sich an Lukas und seufzte tief. Lukas dankte ihm für alles, was er gelernt hatte. Am nächsten Morgen war der Wolf friedlich eingeschlafen. Das Dorf hielt eine Zeremonie zu seinen Ehren. Lukas erzählte noch viele Jahre die Geschichten des Wolfes.